Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und wir spielen heute eine Map, die heißt Box Escape Nummer 2. Und der Epic, der hat hier schon was ganz cooles gefunden. Der wollte es uns unbedingt zeigen. Guck mal, Kaja. Und zack. Yeah, Party. Oh, das ist cool. Das ist richtig cool. Oh Gott. Das ist mein Party-Schaf. Das verändert die Farbe. Ja. Wie süß, du ne Schaf. Moment mal, guck mal, das Schild da hinten an. Box Escape. Das klingt ja auch nicht. Oh, lol. Wie krass. Aber jetzt nicht, wenn wir die mal spielen, oder? Nicht, dass dann alles... Oh, zack. Ende mit der Party. Schluss mit dem Stück. Oh, Arma, Jeb. Wir sehen uns später, Jeb. Okay, dann würde ich sagen, wir starten mal. Hier, Box Escape. So, bye. So, bye, Peppy. Okay. Moment mal, ich bin weg. Ähm, Hint. Der eine ist Block. Warte, wie bist denn du auf den Hint gekommen? Ja, du bist doch einfach aufgegangen. Ich konnte dafür ganz so gar nichts. Und Moment mal, ich hab Shampoos. Drück mal. Hab ich Shampoos? Tatsächlich. Kaninchen. Oh, guck mal, hier unten drunter ist was. Oh, da ist Redstone drunter. Warte mal hin. The answer is Block Item or Entity that is in Minecraft. Moment mal, was? Paper? Ach so, okay, okay. Wir müssen jetzt auf das Papier einfach draufsteigen. Ach so. Na ja, was das Lösungswort ist. Ich dachte schon gerade. Okay, Papier. Und dann haben wir ganz viele Erfahrungsflächen. Und dann haben wir Riddle. Ah, okay, wir haben hier das Riddle. Also das ist sozusagen unsere Quest. Und das sagt halt, welcher Block das sein soll. Nämlich I am Red and Cygnus can go along me. I wonder what could I possibly be. Check out my walkthrough of this map if you ever get stuck. Okay, also das heißt, es ist Redstone auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist was anderes. Also nicht... Ich habe hier was gefunden. Nani? Hier kriegst du Nani. Die können wir jetzt über die Map behalten. Kann ich die essen? Nein! Ich habe sie ein bisschen angeknabbert. Entschuldigung. Das war nicht absichtlich. Ah, Nani. Das ist das. Okay, warte mal. Jetzt, was ist denn rot und gibt Signale? Can go along? Ich glaube schon. Okay, warte mal. Wie kann ich das da draufschreiben? Ach, nee, hä? Guck mal, Kata. Ich gebe dir Level. Und dann gehst du an den Ambos, der ist ja. Wo ist denn der Ambos? Ach so, okay. Dankeschön. Es reicht mir schon. Nein, was noch mehr? Ähm, Redstone. Ich bin mal gespannt, ob... Ich bin auch welche. So, okay. Ich gehe jetzt mal reinschmeißen. Und? Ja. Ja! Oh, lol. Ich habe ein Water Bucket. Verschiedene Aufgaben anscheinend. Guck mal, da oben siehst du das? Da ist irgendwas anders. Das ist nur bei mir so. Ich glaube, das ist ein anderer Block. Okay, was machen wir mit Wasser? Irgendwas können wir damit ausmachen. Hier hat irgendwas gebrannt, glaube ich. Ich kann das Wasser aber nirgendwo setzen, oder? Doch. Can be placed on concrete. Oh, nee. Was ist ein concrete? Ich glaube... Hier? 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 Ach, lol. So, und Moment mal. Jetzt ist der Schwamm nass. Und jetzt? Oh. Ja, ich habe was bekommen. Was denn? Flint and Steel. Gibt es mir. Ich will es anzünden. Can be placed on wool. Du kannst Wolle damit anzünden. Ist das hier... Ne, das hier ist Wolle. Hier, oder? Ja. Hier, das hier. Geht es nicht? Nein. Oh, oh. Haben wir noch irgendwo Wolle? Hier ist Wolle natürlich. Das Blaue. Ach. Ja, siehst du mal. Okay, dann verbrennt es jetzt. So, jetzt müssen wir nochmal warten. Aua. Aua. Nicht wehtun. Ah, ein Knopf. Und? Haben wir es geschafft? Da ist was Neues. Aber das können wir nicht abbauen. Was ist denn jetzt passiert? Ich weiß es nicht. Ist hier was in der Kiste? Nein. Warte, ich drücke einfach nochmal drauf. Hier ist nochmal ein Waterpocket. Oh, okay, okay. Kannst du es wieder auf... Ah, da drauf hier. Hier oben drauf. Guck mal. Zack. Und? Und? Was ist jetzt? Oh, da wurde noch ein Spongeon nass. Und jetzt? Gute Frage. Was passiert hier denn? Was ist jetzt hier drin? Nix. Soll ich einfach nochmal auf den Knopf draufdrücken? Hier passiert wieder nichts. Hast du was? Nein. Ich habe zwei leere Eimer und Nanni. Gib mir mal Nanni. Alles? Willst du die haben? Ja. Okay, aber nicht aufessen, okay? Jam, jam, jam. Nein, die Arme. Arme Nanni. Kaja, was müssen wir denn jetzt hier machen? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Können wir irgendwas öffnen? Ich weiß es nicht. Nein. Nee. Kaja, wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Ich drücke jetzt die ganze Zeit auf den Knopf. Vielleicht sollen wir ja Nanni opfern und dich da reinschmeißen. Schmeißen. Nein, bitte nicht. Warte, ich nehme an. Du schmeißt hier überhaupt gar keinen rein. Aber Nanni ist vielleicht... Nein. Naja, die Lösung für alles. Warte, gib mir Nanni ganz kurz mal, okay? Okay. Jetzt bist du sicher, Nanni. Jetzt passiert dir gar nichts mehr. Und was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Wie kommen wir denn hier weiter? Ich habe keinen Plan. Ist doch der Sponge, der ist doch nass geworden. Dann sollte doch irgendwas passieren, oder? Normalerweise schon. Sind hier irgendwie... Nö, hier sind auch keine unsichtbaren Blöcke und gar nichts. Habe ich noch Spurkraft? Tatsächlich, okay. Ja, ich auch noch. Aber wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Oh, warte mal. Warte mal, ich habe hier ja noch ein Riddle. Vielleicht haben wir ein neues. Nö, haben wir nicht. W-w-w-woher habe ich das bekommen? Oh, das ist so... Oh, hier. Ich schmeiß die ganze Zeit. Oh, warte mal. Ah, ein Key. Ich habe ein Key. Ich habe ein Key. Ich habe ein Key. Und wo geht der hin? Wo geht der hin? Ich weiß es nicht. Was steht denn da drauf? I'm a Key. Ich bin ein Schlüssel. Ich gehe einfach mal versuchen, den überall drauf zu setzen. Ja. Vielleicht hier auf die Schalkerbox. Guck mal. Auf welche? Hier. Nein. Geht nicht. Oh-oh. Doch, es geht. Es ist eine Eisenspitzhacke. Nimm die schnell raus. Es ist eine Eisenspitzhacke. Okay, warte mal. Was kannst du denn abbauen? Kann abbauen. Teil Concentrate Name. Also Konzentrat sozusagen. Das ist... Hier, das hier, glaube ich. Das da? Äh, ja. Nein. Das hier, das hier. Das da oben? Nö. Nö, nö, nö. Du musst alles ausprobieren. Und zack. Und jetzt? Wo kannst du das hin tun? Ja, nirgendwo. Oh, Moment mal. Nee, ich kann es wirklich nirgendwo. Hier ist noch eine Spitzhacke. Und was ist da drin? Ach, guck mal hier drunter. Natürlich. Das ist auch noch eine Schalkerbox. Siehst du das? Ah, jetzt sehe ich es. Und da war die Spitzhacke drin. Und mit der kann ich Kohle... Oh, also hier diese Kohle einfach abbauen. Und jetzt habe ich eine Kohle. Warte, warte, gib mir die Kohle. Ich kann irgendwas damit verbrennen, bestimmt. Ach, hier haben wir einen Ofen, stimmt. Aber was? Ich weiß schon was. Nanni! Nanni wird verbrannt. Oh nein, aber Nanni. Hier ist was aufgegangen, oder? Ja. Hier ist eine Eisenhacke drin. Und, Moment mal. Grasloch, Erde. Candy placed on Gras und Dirt. Hier, da. Ah, stimmt. Moment mal, was mit Nanni? Na, Moment mal. Sie ist jetzt eine erwachsene Ofenkartoffel. Oh, sie ist ein bisschen braun geworden insgesamt. So, und jetzt? Ähm, jetzt können wir Nanni einpflanzen. Oh, wir hätten vielleicht Nanni. Oh, nein. Ähm, hätten wir sie einpflanzen sollen? Oh nein, Nanni. Oh, Nanni. Aber guck mal, Katja, was ich entdeckt habe. Hä? Siehst du hier an der Seite das? Da kannst du drauf zugreifen. Das ist, glaube ich, ein Dispenser oder so. Ich mache da Level rein. Ähm, und jetzt? Aber das funktioniert ja ganz und gar nicht. Hast du noch irgendwas anderes? Du musst Nanni da rein machen. Nanni, ganz sicher? Ja. Okay, Moment, warte, ich gehe... So, ich mache es jetzt da rein. Wenn das nichts bringt, dann... Ja, und jetzt? Hier, hier ist was anderes. Hier ist wieder ein Dispenser. Und hier steht Stone. Stone und Inventar. Woher bekommen wir denn jetzt Stein? Also, hier ist Stein, aber wieso mit denen den abbauen? Hast du noch irgendwie... Moment mal. Campy Blast und Crust Block und Dirt. Dirt? Haben wir hier Dirt? Nein. Okay, ne? Nee. Ach, Mann, was sollen wir denn jetzt machen? Oh, wir haben es schon richtig weit geschafft. Vor allem, ich bin zwar krass, dass hier alles so in dem Raum ist, nur, weißt du? Stimmt, das ist so cool gemacht, tatsächlich. Aber Nanni ist weg und ich meine... Ach, Mann, wir haben auch keinen Stein. Ach, Mann. Vielleicht... Oh, ha. Oh, Spitzhacke. Wo hast du die denn jetzt gerade her? Die war da drinnen. Oh, sehr gut. Okay, jetzt mache ich den hier da rein. So, Ruhstein. Hä? Moment mal. Ah, äh, nicht da rein, da rein. Hat es geklappt? Die Welt wurde gespeichert. Ich glaube, wir müssen normalen Stein da rein tun, oder? Ja, wir brauchen also Stone, Stone, ne? Oh, warte, ich kann es mit der... So, ja. Ja. Hä? Irgendwas ist jetzt schon passiert, oder? Äh... Ich habe irgendwas gehört. Ja, ich auch, aber ich glaube nicht. Okay, warte mal. Vielleicht passiert jetzt gleich was, wenn wir den Stone da rein machen. Ich mache den Stein jetzt mal da rein. Und so, jetzt. Und? Und? Oh, guck mal, hier öffnet sich komplett alles. Äh, ne Spielplatte. Äh, kann ich da irgendwas spielen drauf? Äh, hier ist, guck mal, hier sind noch zwei. Die haben sich geöffnet, aber da ist nichts drin. Hä? Okay, warte mal, wir gucken mal hier das ab. Hast du was bekommen? Hier ist wieder eine Eisenspitzhacke. Kann abbauen. Ziegelsteine. Also das hier. Ne, das hier. Und? Was ist hier? Oh, schau... Uh! Blue ist gleich Nier. Nein, 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 nein. Blue ist gleich Nier. Oh, du hättest doch weit mögen. Warte mal. So, machen wir hier rein. Also, da war doch so ein Zettel drin, da stand Plur. Bö, bö, genau. Hier ist der Zettel, da steht Blue ist gleich Nier, also Nier. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber anscheinend ist es irgendwas mit Blau, oder? Ach, natürlich, man sieht doch die Farben da im Hintergrund, Kater. Oh, eher gut. Warte, haben wir hier Gelb? Gibt's überhaupt Gelb? Hast du eine Gelse? Ich hab kein Gelb, ich hab gar nichts. Du hast alle. Ich hab hier so eine Gelb-Weiße. Dann mach das mal. Dann kommt hier eine Blaue rein. Und dann eine Rote. Und hier eine Rote, Achtung, und zack. Und? War das richtig? Ich höre gar nichts. Ich glaube, das... Oh, hier ist was Neues. Red ist gleich Doc. Wir müssen dich da reintun. Wir müssen dich da reintun, du bist doch der Hundi. Nein, ich will da nicht rein. Hä, warum denn? Oh, wir kriegen die Schallplatte nicht mehr zurück. Hä? Oh, oh. Ähm. Guck mal, lese mal hier nach. Rot ist gleich Hund. Ich bin ein kleiner Hund. Oh, oh, ich hab die auch rausgetan. Ja, jetzt haben wir hier über Schallplatten liegen, Kater. Was ist denn hier los? Wups. Hä? Hä, was soll man denn hier jeweils mal wieder machen? Warte. Oh, Moment mal. Es gibt eine Schallplatte, die heißt Cat. Und die heißt Maul. Die heißt... Gibt's eine, die Hundi heißt? Also Doc? Und heißt eine Blue, die heißt gleich Nier? Ja, also wir haben... Oh, du hast wieder welche? Oh, lol. Wie krieg ich denn die da hinten jetzt? Warte, die heißt Wade. Okay, warte mal. Ich hab keine Ahnung. Hast du noch andere? Vielleicht kannst du die da reintun, und dann geht die so. Ich weiß es nicht. Nein. Okay, Kater, ich hab wieder alle Schallplatten. Und guck mal, jetzt hab ich hier eine. Guck mal, die heißt Katze. Die heißt Ward. Die heißt Elf. Die heißt Stall oder Stall. Keine Ahnung. Die heißt Far. Hier, Far brauchen wir doch, oder? Äh, wir brauchen Nier. Red ist... Warte. Ja, wie nah? Hast du die? Äh, ich hab hier Stall. Ich hab Wade. Ich hab Cat und Ward. Nee, hab ich nicht. Ich hab... Ich hab... Ich hab nichts mit nah, leider. Ach, vielleicht können wir doch... Ach, immer das Gegenteil. Das Gegenteil? Das Red ist gleich Dog und jetzt ne Katze hast du. Also zu Rot muss die Katze rein. Da musst du die Katze reinmachen. Okay. Okay, und was war das andere? Ähm, es war Blau ist gleich Nier. Also weit weg eigentlich ja dann. Also kommt Far, kommt ins Blaue. Und bei der anderen müssen wir raten, glaube ich, oder? Hier ist doch nichts, wo wir noch irgendwie so einen Zettel bekommen haben, oder? Hm, ich weiß es nicht. Ich mach mal... Ich mach mal die Rote hier rein, oder? Wir müssen ja eigentlich nur... Na ja, Pokern drauf, oder? Stimmt, wir können ja alles durchtesten. Okay, die Rote ist es nicht. Pass auf. Nein. Hier ist es die. Ja! Moment. Hier! Wir können hier durch. Was ist hier drin? Oh, hier ist irgendwas mit... Ja, gut. Hier, guck mal, über uns. Oh, Eisenstiefel. Stühchen. Und was kannst du mit denen machen? Drück ihn! Warte, hier hat sich irgendwas geöffnet. Oh, ja, ich seh's. Äh... Oh, sehr nice. Einen Lava-Eimer hab ich nochmal, bitte? Äh, hier ist ein Redstone. Ne, warte, ist das alles noch offen? Ich, ich drück nochmal. Lava-Eimer. Was wollen wir denn mit einem Lava-Eimer machen? Weiß es nicht. Steht da was drauf? Nee. Okay, was steht hier I want? Iron Nuggets. Wieso gehen wir denn Iron Nuggets her? Wo steht das? Hier oben musst du Iron Nuggets reinmachen in diesen Dispenser. Ah, Iron Nuggets. Okay, warte mal, vielleicht... Ach, ich weiß, wo ich die herbekomme. Durch meine Schüchen. Ah, was? Wie geht das denn? Ich muss die verbrennen. Mach mal die Lava unten rein. Ach so. Nice. Und jetzt verbrennen wir die Schüchen und dann kriegen wir Iron Nuggets raus. Und die können wir da oben reinmachen. Ach so, das ist nice. Ja. Die Map ist richtig, richtig cool. Die funktioniert richtig gut. Das gefällt mir so, so nice. Das stimmt. Oh, Eisenklumpen. Eisen klumpen. Okay. Und den kannst du da oben reinmachen. Und rein da. Und? Was ist das? Wir haben alles gemacht, wie es sein soll. Ja. Warte mal, vielleicht ist jetzt was... Ah, ja. Tia-Hacke kann abbauen. Obsidian. Okay, okay. Hier, schnell. Schneller, Kater, schneller. Und? Und? Zack. Ja. Meines. Ähm, was ist da? Irgendwas hat sich geöffnet, oder? Echt? Ich weiß es nicht. Hat sich irgendwie so angehört. Obsidian. Doch, guck mal. Hier unten. Was denn? Hier. What? Moment mal. Hallo. Ähm. Ich fahr mal ne Runde, ne? Und ich? You won. Thanks for playing. Ich hab gewonnen. Ich hab doch auch gewonnen. Achso. Guck mal, ich biete dir. Geil. Hallo. Hiiii. Oh, guck mal. Das ist die Map von außen. Das sieht ja so krass aus. What? Oha. Oha. Aber die Map war richtig, richtig cool. Und die hat so gut funktioniert und richtig Spaß gemacht. Das war richtig nice gemacht. Ja. Aber wie das aussieht, einfach wie so ein, keine Ahnung, so ein Klumpen an Redstone-Schaltungen. War krass. Richtig, richtig gut. So, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann lass doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.